Nun ist es soweit. Der Moment ist gekommen und es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Ausweg, der Kampf ist unvermeidlich. Doch ich bin vorbereitet. Geist und Körper, meine Seele, verschmolzen mit der Klinge in meiner Hand. Verschmolzen mit der Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Eine Entscheidung, die ich längst getroffen habe. Jetzt oder nie. Spüre meinen Zorn. Und die Moral von der Geschichte, wenn ein Creeper kommt, dann hau drauf und quatsch nicht lang rum. So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Zeig es mir mit einem Daumen nach oben oder nach unten. Hier in der Endcard findet ihr noch ein paar Links zu anderen Videos von mir. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag. Euer iMike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.